Die Vizemeisterin im Fliegengewicht. Sie wandelt auf den Spuren von Regina Halmich. Ein Riesentalent. Na ja, schön, dass du da hier bist. Freut mich. Soll man ein Interview machen? Was war dein Schlechstabgang? Halbferde der Deutsche Meisterschaft. Hast du ja locker gewonnen oder nicht? Ähm, eigentlich schon, aber ich fand, das war einfach nur umgeleidig. Okay, jetzt wollen wir heute die Kampfrichter, die wir attackieren, rund um unsere Boxveranstaltungen. Das tut ja richtig gut, ja? Elvira ist 18 Jahre jung, ist zu ihm dabei, in welchen Tagen schwitzen, ne? Ich bin zu ihm dabei, ein Abitur zu bauen und als Berufssil, erzähl das doch selbst. Psychologe werden. Psychologe, das braucht man, das hat Zukunft. Ja, Elvira Müller von Boxclub ist in Vogelheim. Die vorhanden, kein familiäres Geheimnis, der Kampfer ist ja Alexander Müller, unser Spantrainer in Essen. Und Bruder Eduard war auch schon deutscher Meister und ist jetzt auf dem Weg zu einem guten Trainer. Erzähl mal was, Alexander. Ja, was soll man erzählen? Wenn man selber joggt und wenn Frau arbeitet, muss ich Kinder mitnehmen. Und so sind wir zu Erfolg gekommen. Das ist auch eine Methode, einer Sportart Treue zu geben. Schauen Sie bitte mal in den Ring. Schauen Sie mal in den Ring. Da ist jetzt Sebastian Plattek, der Chefrenner von der MPG Horst. Mit dem deutschen Meister Jan Kulik. Oh, Entschuldigung. Und Sie sehen schon im Hintergrund, der Mann ganz in schwarz. Der Mann, habe ich gedacht. Eigentlich müsste man ja sagen, der Kadett. Er ist Deutscher Meister um 15 im Mittengewicht. David, Katalin, Megenato. Und der Apfel, finde ich weit von hier, sagen wir hier in Essen. Der Papa von David, der ist auch hier. Und der war zweimal bei den Ringern Europameisterschaften für Rumänien auf dem Siegerkontest. Katalin, schnimmt man auch zu voller Größe, dass die Menschen nicht sehen. Vize und Bronze bei der Europameisterschaften im Ringen. Katalin, Megenaro. Und ich sage Ihnen mal, der macht ein Bodentraining. Da wird einem Angst und Banken. Ich habe ihn beim Boxtraining, wir sehen hier mal alle Platinen. Das ist Ringen. Ringen haben wir auch morgen hier in der Rathaus-Graderie. Und zwar die Nachwuchs-Abteilung des TVS in Delwig. Da kennt der Vize-Naro sich auch gut aus. Wir stellen morgen Deutschlands größtes Ringertalent, Ertugul-Akcha, vor. Morgen hier in der Rathaus-Graderie. Aber heute wird weiter geboxt. ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020